Wenn du Schulterdrücken mit der Kürzhantel so ausführst, dann hör auf damit. Denn durch die sehr aufrechte Sitzposition und das nach außen schiebende Ellenbogen verringerst du extrem den effektiven Bewegungsradius der Übung. Zusätzlich trainierst du die vordere Schulter nicht perfekt in Verlaufsrichtung. Stelle deswegen die Schrägbank ungefähr auf 60 Grad ein, bringe die Ellenbogen etwas nach innen und nutze den maximalen Bewegungsradius aus. Dadurch bekommst du vor allem viel mehr Dehnung in der untersten Position. So trainierst du viel effektiver die vordere Schulter und für mehr Gains folge mir.